Vorgehensweisen, ja. Okay, dann schauen wir hier mal am PC. Er ist der dritte... Achso, steht hier drinnen. Okay. Polizeibericht, Autopsiebericht. Nehmen wir erstmal den Autopsiebericht. Persönliche Daten- und Vorstrafenregister. Achso, Speicher 05. Okay, das schreibe ich mir mal eben auf. 05 R 62 766. Und Polizeibericht. Ne, das ist jetzt wieder eine andere Nummer. Das ist auch 05 R 61 889. Immer gut bei solchen Sachen Zettel dabei liegen zu haben. References 05 R 61 889. 05 R 62. 05 R 62 und R 61. 05 R 62 und R 61. Stell dich doch nicht da vor, ich muss das doch noch lesen können. R 62 und R 61. Wäre logisch, wenn die irgendwie in der Nähe liegen würden, aber... 05 R 62 und ist dann auch die 61 hier. Kurz gucken. Die R 61 ist auch hier perfekt, okay. Das heißt, wir nehmen erstmal die R 61. Es ist nämlich einfacher danach, dann einfach die Sachen vom Tisch zu nehmen. So, Kriminalbericht, Berichtsinhalt, Tötungsdelikt, Opfer und so weiter, das wissen wir ja alles. Tatort, Datum Uhrzeit. Opfer bedrohte eigenes Kind auf dem Pier mit einer Waffe. Kind attackierte das Opfer mit einer Schere, woraufhin dieses in den See fiel. Also das Opfer. Mitarbeiter im Dienst. Schrotflinte, sonstiges dunkles Holz, okay. Fallschilderung, Zusammenfassung des Verbrechens. Am 1. März 2005 gegen 22 Uhr verließ das Opfer Mary Ann Ronan, eine 41-jährige weiße Frau, ihr Haus und betrat ihre Garage, um eine 9mm Schrotflinte der Marke Wrestler 3121 zu laden. Kurz darauf betrat ihr Kind Ronan, elf Jahre alt, die Garage, um seiner Mutter den neuen Haarschnitt zu zeigen, den es von seiner Schwester Ronan erhalten hatte. Der Zeugenaussage von Ronan zufolge reagierte Mary Ann auf den Haarschnitt mit einem Wutausbruch und bedrohte Ronan mit der Schrotflinte. Ronan floh aus der Garage in Richtung des Sees und rief laut um Hilfe. Mary Ann folgte ihr nach wie vor bewaffnet auf den Pier auf der Südseite des Grundstücks. Von Lärm alarmiert begab sich Zeugin Ronan ebenfalls aus dem Haus in Richtung des Piers, wo sie beobachtete, wie Ronan von Mary Ann bedroht wurde und mit der zu den Haarschnitt verwendeten Schere auf sie einstach, um sich selbst zu verteidigen. Beide Zeugen sagten aus, M. R. Ronan habe zu dem Zeitpunkt das Bewusstsein verloren und sei in den See gefallen. Um 22.29 Uhr erhielt Officer Christian Holt Dienstnummer 55899 des Deloitte Crossing Police Department einen Anruf von Ronan, in dem der Vorfall geschildert wurde. Streifenpolizist Jay Chan, Dienstnummer 5622, wurde an den Tatort entsandt. Chan regelte den Tatort ab, eröffnete ein Tatortprotokoll und versorgte die beiden Jugendlichen und Ronan. So, ja. Eine ausführlichere Beschreibung finden sich in ihren Aussagen. Benachrichtigung der Ermittler Am 1. März 2005 benachrichtigte Officer Christian Holt seinen Partner Officer Eddie Brown per Telefon über den Vorfall, bevor sich beide zum Tatort begaben. Ermittlungen Holt und Brown erreichten den Tatort gegen 22.58 Uhr. Sie stellten fest, dass sich der Tatort vollständig außerhalb des Hauses befand. Die Canary Road ist eine abgelegene Straße, auf der sich hauptsächlich einige Anwohnerhäuschen befinden. Die Ermittler bemerkten eine geladene Schrotflinte der Marke Wrestler auf dem Pier. Es waren keine Schüsse abgegeben worden. Sie wiesen das forensische Personal an, die Gegenstände zu sichern. Die Ermittler sprachen mit den Zeugen. Ronan sagte aus, sie habe sich in ihrem Schlafzimmer im Obergeschoss befunden, als sie Schreie hörte. Sie sei die Treppe hinuntergelaufen und habe dort durch das Küchenfenster den Jungen und ihre Mutter Mary Ann am Pier gesehen. Sie habe versucht wegzulaufen, doch Mary Ann habe gedroht zu schießen. Den Aussagen beider Zeugen zufolge habe sie gesagt, ich bringe dich um. Stach dann bei dem Versuch zu entkommen mit der Schere auf die Mutter ein. Mary Ann verlor das Bewusstsein und fiel ins Wasser. Beweismittel Gegenstand Nummer 1 Wrestler 3121 9mm. Weitere Details befinden sich im forensischen Bericht. So, den wollten wir sowieso haben. Eieiei. Ich frage mich echt, wann hier mal jemand kommt und uns erwischt. Ich meine, irgendwann müssen die doch auch mal hier oben hin, oder? Hier, andere. 05 R62. Das ist doch das, was ich brauche. Wollt ihr mich jetzt veräppeln, oder was? Ich brauche das doch. Ach so. Moment. Das hatten wir doch vorhin. So. R62. Das ist doch das, was ich brauche. Jetzt darf ich die... Okay, muss ich ja wegen jedem Scheiß nochmal zurückgehen, okay? Sektionsbefund, Schaumpilz im Mund und Nase, Hörnodem, Wassereinlagerung und Lunge, Sirepulmonale, Ödema und Emcysema, Aquosum. Oh Gott, muss ich das vorlesen? Blähbauch, 2 Grad Mageninhalt, Stichwunde, 7,6 cm linker Lendenbereich, 2,5 cm über SPS, Antemortem. Anzeichen von Einatmung von Süßwasser. Ich lasse jetzt mal die Fachausdrücke weg. NA plus niedrig, K plus hoch. Zusätzliche Faktoren, die nicht dieselbe Todesursache waren. Natürliche Ursachen... Ach so, Tötung. Bei nicht natürlichen Ursachen, wie wurde die Verletzung verursacht mit einer Schere? Anschließend fiel das Opfer in eiskaltes Seewasser. Wurde für einen der oben benannten Befund eine Operation durchgeführt? Nein. Techniker S. Silvia, Autopsie beobachtet durch Eddie Brown. Keine Objektbeschreibung, 15 cm lange Stichwunde, nicht tödlich. 1.03.2015, ca. 21 Uhr, Tod durch Ertrinken. Überprüfung vor der Untersuchung der stellvertretenden Pathologen. Kennzeichen und Kleidung, Röntgenaufnahmen. Medizinische Akte. Okay, Rest ist nichts angehakt. Proben entnommen durch MG und SS. Herzblut, Femoralblut, Urin. Standard Nummer 1, Blutbild, Alkohol. Analysen positiv. Was heißt, sie hat Alkohol betrunken? Vorher, wenn ich das jetzt richtig verstehe? Shit, 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 shit. Eddie's coming up the stairs. What do I do? What do I do? Stall him. No shit, Sherlock. Tell him you need to talk in his office. Ei, 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 ei. Okay, äh, wir müssen uns beeilen. Moment, Kinder. Aufzeichnung, Kinder. Okay. Aufnahme? Aufnahme? Ach, das ist das Gleiche. Okay. Ja, ich will das nicht mehr hören, Mann. Äh, 2005, 20, 15, 46. So, hat der das jetzt gespeichert? Ich glaube, wenn ich rausgehe, macht er das, oder? 2015, 2015, könnte das sein? Was, was, was hat Tessa? Äh, Datum der Meldung, 1.02.2005, Verfolgungsnummer, Art des Diebstahls, Ladendiebstahl, beteiligte Person, meldende Person, Tessa, gemeldete Person, Mary Ann Ronan. Okay, Name und Tragen des Beamten, Eddie Brown. Am 31.01.2005 gegen etwa 10.45 Uhr betrat Mary Ann Ronan das von Thomas und Tessa Veggie geführte Geschäft. Veni, Vedi, Veggie. Mrs. Veggie gab an, sie habe Mrs. Brown etwa 10 Minuten lang die Regale durchstöbern sehen und dabei nebenher mit ihr geplaudert. Mrs. Veggie gab an, sie habe zu dem Zeitpunkt hinter der Kasse gestanden und Ronan nicht die ganze Zeit über im Blick gehabt. Veggie sagte aus, nach diesen 10 Minuten habe Ronan sie gefragt, ob sie Rauchspiralen zur Mückenabwehr im Angebot habe. Veggie erklärte Ronan, dass dem nicht so sei, aber sagte aus, dass diese Nachfrage aufgrund der winterlichen Jahreszeit als merkwürdig empfunden zu haben. Anschließend verließ Ronan den Laden, ohne etwas zu kaufen. Veggie gab an, etwa 5 Minuten später an den Regalen vorbeigegangen zu sein, an denen Ronan sich aufgehalten hatte und das Fehlen einer Packung Waschpulver bemerkt zu haben. Veggie bekräftigte, die Regale seien erst kurz zuvor aufgefüllt zu haben, die Regale erst so, und dass an diesem Morgen niemand sonst den Laden betreten hatte. Mrs. Veggie sagte aus, sie habe Ronan bereits früher des Ladendiebstadts verdächtigt, insbesondere in der Gesellschaft und womöglich auch mit der Hilfe ihrer beiden Kinder. Mrs. Veggie gab außerdem an, Grund zu der Annahme zu haben, Ronan mache sich der Kindesverwahrlosung schuldig. Sie essen nichts und sind aller Art von unangenehmen Einflüssen ausgesetzt. Veggie hielt es für möglich, dass die Kinder in einem Haushalt Misshandlungen irgendeiner Form ausgesetzt seien. Haben wir denn noch was? Vorfall, Marianne, Miller, verbale und körperliche Bedrohung, okay. 210-105. Ich glaube, wir können einfach jede Akte irgendwie suchen, ne? Ich meine, überall ist was drin. 210-105. Das könnte so sein. Also es tut mir leid, dass jetzt hier überall nur Akten durchwühlt werden und alles, aber ich finde es auch ganz spannend, dann mal wirklich zu lesen, was da alles passiert. So, die Joanna Miller hat, falsche Taste, Marianne gemeldet. Am 18.01.2005 erschien Marianne Rohn gegen 15.25 auf dem Grundstück von Joanna Miller, um deren Haare zu schneiden. Die beiden Frauen hatten sich früher in der Woche auf Datum und Zeit geeinigt. Der Termin war für 15 Uhr angesetzt und Miller sagte aus, dies sei die einzige vorab getroffene Vereinbarung. Die beiden hätten sich nicht vorab auf eine Bezahlung geeinigt. Laut Millers Aussage erschien Rohn mit 25 Minuten Verspätung auf Millers Grundstück und wirkte sehr müde und nervös, als stünde sie unter Drogen oder so etwas. Kurz nach ihren Eintreffen begann Rohn damit, Millers Haare in deren Küche zu schneiden. Nach dem Haarschnitt bat Rohnen darum, für ihre Arbeit 20 Dollar im Bad zu erhalten. Miller gab daraufhin an, sie habe nur einen 10- und einen 5-Dollar-Schein und fragte Rohnen, ob diese als Zahlung ausreichten. Miller sagte aus, Rohnen sei daraufhin ausgerastet und hat mich wüst beleidigt. Miller war nicht bereit, die Beleidigungen zu beschreiben, da diese in zivilisierter Gesellschaft nicht angemessen seien. Als Miller Rohnen bat, ihr Haus zu verlassen, eskalierte die Situation und Rohnen äußerte handfeste Drohungen gegenüber Miller und sagte ihr, würde diese sie nicht für ihre Arbeit bezahlen, würde sie als Zahlung etwas aus Millers Haus mitnehmen. Miller meldete keine fehlenden Gegenstände. Miller gab an, sie habe Rohnen anschließend aus dem Haus geworfen, die Türen verriegelt und die Polizei verständigt. Bei Eintreffen der Streife bemerkten die Polizisten, dass Millers Palisadenzaun beschädigt worden war, augenscheinlich mit einem Fahrzeug. Miller sagte aus, vor Rohns Eintreffen auf ihrem Grundstück sei der Zaun intakt und einfach traumhaft gewesen. Okay. Ist schon alles etwas seltsam. Tessa. Vorfall haben wir schon. Tessa Eddie Brown. Spitalentlassung. Okay. 05 R 68 MISC. References 05 R 68 MISC. 5 R 68 MISC. So. Diagnose Gehirnerschütterung. Beschreibung der Symptome, Druckgefühl im Kopf, Kopfschmerzen, Bewusstseinsverlust, Übelkeit, Schwindel, Krankenhausentlassung. Ich, Patientenname oder Erziehungsberechtigter Tessa Vetschi entlasse Sand Mido Klinik hiermit aus der Haftung bezüglich der Entlassung des Patienten entsprechen dieser Erklärung. Ich habe diese Erklärung gelesen und verstanden. Okay. Das heißt, dass... Ich vermute jetzt mal einfach, die Mutter, die Tessa mal angegriffen hat. Und die dann mit einer Gehirnerschütterung davongegangen ist. Jugendamtvorfall. Ready here. Ich wollte einfach, dass Sie wissen, dass wir weitergehen können mit dem Fall mit dem Fall mit dem Fall. Ah, ich verstehe. Ist da jemanden wir noch mal in der Nähe? Ja, Samuel Kansky ist ein close Freund von der Familie. Aha. K-A-N-S... K-Y. Great. Ihr Caseworker, Sandy Black, will be arriving on March 5th. Sie wird bei der Station erstes thing in der Morgen. Mrs. Prue? Wie, wir sind wir? Ich kann wirklich nicht sagen, bis ich ein volles Bild von der Situation habe. Natürlich. Well. Have a good afternoon, Mrs. Prue. You too, Sir. Ich habe gerade gehört, Brown zu sprechen mit OCS. Er hat wirklich das gemacht. Er hat sie verabschiedet. Was, wenn er nur ein go-between? Er hätte nicht eine Wahl gehabt. Wir müssen weitergehen. Danke. Okay, also 05, 011, E-B-R. E-B-R. 05, 011, C-O-M, E-B-R. 501, was sollte das sein? Zustellungsversuch. Gesendet von Eddie. Empfängerjugendamt. Okay. Okay. I need to get moving. Aber, hola. Shit. I'm sorry, Tyler. I couldn't stop him. He's coming your way. Uh-oh. Get out. Uncle, I... We didn't mean to... I'm not gonna repeat myself. You're a goddamn hypocrite. I said move it. Hey. Get off me. You'd rather spend the night here? Come on. I said don't fucking touch me. Go on. And consider yourselves lucky you're family. You're right. You're right. Family. And for Allison's sake, we should talk. About what? We saw our file. We know about social services. Why? Why did you turn your back on her? Why did Tessa... Okay. Yeah. You're right. We need to talk. We need to talk.